Hallo, ich bin Reinhard Thorn. Ich mache ja Musik für und mit Kindern. Und heute sind wir an Ostern angekommen. Wir sind die ganze Karwoche zusammen musikalisch unterwegs gewesen. Ich danke allen, die bei Viareten-Ostern dabei gewesen sind für eure Treue, für euer Mitsingen, für euer Mitdenken. Herzlichen Dank an Yvonne Willix für diese Idee und für die Begleitung durch all diese Tage. Und natürlich heute gibt es natürlich ein Osterlied. Und mit diesem Osterlied wünsche ich euch allen einen gesegneten und frohen Ostern. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja. Hört und seht, was Ostern geschah. Jesus lebt, Halleluja.